ja moin moin willkommen bei der zweiten folge ttt mit dabei sind heute der strahle der mundel alex kam die matos und schon zieht hallo ja wenig plant von diesem spiel ich werde mich wahrscheinlich wieder selber töten oder dergleichen nichtsdestotrotz versuche ich das beste daraus zu machen und ich wünsche euch viel spaß mal zu gucken also dann hier ist ja gut wer ist da runtergefallen ich das ist das nicht ich habe gerade im monitor schossen sicher alles safe das habe ich gesehen da hinten der busfahrer sein was kamen wer läuft da hinten ich komme mir leider nicht strahle ich bin nicht lebend da vorne rumkommen war es busfahrer oder so ich war es bestimmt nicht ja du ich gehe gerade neben dir so du hättest ja probiert mit einer granaten also ja da oben 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 da da ist sicher drei leute Kami hi Kami oh ich bin hier oben da oben auch noch ein Schulze ja ich bin auch noch hier oben Schulze ist hundertprozentig warum ich habe nichts gemacht ich habe kein bisschen was gemacht ich laufe ganz friedlich rum so wie immer wenn ich jetzt nichts mehr sage dann hat mir das Schulze erledigt dann war es ich bin lieb ich muss ich habe immer noch so eine scheißschade wer ist irgendeiner hoch wenn ich jetzt nichts mehr so kommt ich das strahle hoch ja ich schieße hier unten ich weiß nämlich nicht wie ich hier wieder wegkomme he 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 naja Roma Timmel zieht da einiges aus dem Traitorraum ich stehe hier unten bei dem pinken Auto und komme hier einfach gut hinweg aber wer ist bettly wounded da ist eben einer runtergefallen ist der runtergefallen oder geschubt worden der ist runtergefallen ich habe es gesehen wie er runtergefallen ist ich habe es genau gesehen weil ich habe ihn geschubt ja das kann durchaus sein ok also laut meiner Sicht sind es noch drei potenzielle Mörder hier ist auch ach ne das Muniak hier alles das ist da explodiert ich bin da vor die Füße geschmissen ich bin da Alex war eben da unten irgendwo wieso bist du verwundet Alex weil ich von der Rautabomding so weggefallen bin aha bin zweit nach links grend wo ist Flöckchen ich bin hier unten ma ma ich sehe Mathos ja gut möglich ich stehe auch ziemlich offen ja da ist Flöckchen Flöckchen wieso bist du verwundet Flöckchen wieso bist du verwundet naja der soll ich das ist ehrlich mal ein Shotgun Strale ist zu zweit da oben ich bin zu ja ich bin komm aus dem Waldfederler Waldfederler dreht halt was ja warum machen wir jetzt mal nach Strale hallo ihr habt im Mund die umbracht der war Traitor ja vielleicht der Oblinkung oder was man war's mit genau ich bring meinen Traitor Kollegen um dann was ja warum nicht ja warum er das selbst sonst der Muni selbst sonst der Muni ohne ist dass ich das nicht machen weil der da schieß trotzdem irgendwie mit dem anderen oh uahahahaha jetzt haben wir alle da hier rum oder wie da oben raus ja hier unten ist auch noch einer Flöckchen ja schulz ist schulz hihihi ja er hat einen Deathringer ja er hat einen Deathringer ja ja komm der kommt gleich hier rauf ja 100% ich habe ihn gerade irgendwo jetzt muss er wieder sichtbar sein ich bin tot wie jetzt ja aha 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 da das ist Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich bin runtergefallen. Ich wurde nicht geschubst. Scheiße. Schauen wir mal, ne? Ich bin auch unruhig, weil ich tot bin. So. So. Der Mundi, das war ein Becher machen. Das hat gerade ein Shotgun auch in der Hand gehabt. Eno. 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 Ist der Mundi gehobt? Eno. Ich komm doch auf. Den Vend. Ja, das ist ganz komisch, der Vend. Also, muss man nicht verstehen. Alex bei mir. Entschuldigung, ist er bei mir? Ja, ja. Er kommt da. Ah, Strahle. Du bist das oder weißt du wer? Ja, komm. Weiter, weiter. Warum hat nur wer? Er ist einer tot. Warte, hier ist einer gestorben. Nein, nein, nein. Ich bin nicht wieder runter. Irgendeiner ist hier auch gerade weggelaufen, aber ich weiß nicht wer. Ich glaube, Flöckchen ist es. Ich bin mir aber nicht sicher. Du, wo ist hier einer tot? Ah, hinter dir. Hinter dir. Wo ist der tot? Ja, ja, genau. Und jetzt dreh ich mich um und du erschiebst mich, oder was? Oder, oder, äh, Alex war es. Keine Ahnung. Wer ist der tot? Ja, weiß ich nicht. Du musst schauen, schauen wir nach. Ich geh weg. Ich geh weg. Wir können schauen. Wie mach' ich das? Mit E oder was? Mit E, ja. Kami ist das. Kami ist tot. Der war innocent. Wie jetzt? Wie ist denn da jetzt gestorben? Ja, guck doch mal. Weiß ich nicht. Marthos, warum zielst du auf mich? Ja, wollte du vielleicht in meine Richtung kommst? Alter, ja. Der ist von einer AUG. Eine AUG. Wer eine AUG hat, der... Ich hab ne Rifle. Ich hab ne... Ich hab auch ne Rifle. Ich hab ne SG. Also ich würd sagen, Alex ist es. Nein, ich hab eine G3SG1. Ja, der... Ah! Marthos ist runtergefallen. Marthos ist auch tot. Äh, hinter mir, hinter mir. Äh, Giraldo. Hilfe. Hilfe. Jawoll. Alter, Kev, ist das dein Ernst? Ich würde eine richtige Waffe nehmen und er schießt in mich da. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Rache ist Blutwurst, ne? Weiß er. Ja, im Monat hab ich ja übersenkt. Er hat also wieder da oben an seinen Campers... Hobeckerlich ihn strahle hochgeschossen, oder? Ja, ja, du hast mit der Schuss. Ah, ja, sehr schön. Rache ist Blutwurst. So, Rache, ich bin doch kaum Traitor. Ja, 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 ja. Busfahrer hab ich ja g'senkt, ob man da auf keinen Deckung geht, aber da hast du da auch noch mal umgefallen. He, 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 He He. Inno. 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 Ha, 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 ha. Das war ja noch knapp mit der Zeit, wo er runtergefallen ist, oder? Haha, das ist grad rausgegangen, ne? Hätte ich mir gesagt. Döckchen hinter mir. Du münd da jetzt wieder da oben, oder? Irgendwo als Stadl. Oh. Das ist mit dem... Du münd mich? Wie weg? Mit... nein, wieder außen. Da außen will ich. Da, ja, danke. Wer seht ihr überhaupt? Hier unten ist Mathos Ich glaub, Muni schafft da drin Links sitzen wir hier rüber Was verfolgst du mich? Mathos ist und oben ist Strahle Also Mathos und Strahle sind hier Von links kommt Busfahrer Oh, hi Busfahrer Ganz oben rennt das gerade Schulz hier runter Ja, das ist wirklich Oben im Vent war noch Doch Muni Muni ist Und er da oben ist Nein, ich bin Nino sind Ich bin Nino sind Irgendeiner snipe mich an von da oben Ich weiß nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Mathos hat eine andere Waffe gehabt Wir waren beide da oben Wir hättens doch mitbekommen Ich weiß es nicht Es war unter uns, es war der Mundl Was? I? Nein, ich weiß nicht Ich bin Nino Ich hab was da MP5 umbaut Oh Ah na, du 3 FMWs hast 3 FMWs Wenn die Granate geschmissen Ja, ich will eigentlich runter gehen Geh weg, Geh weg Mathos Ich geh runter Geh weg, Geh weg, dort gezweckt er Ist ja gut Wer schießt er Oben Oben schießen welche Oben wird geschossen Ich seh aber keinen Doch Schulzi seh ich Ja, ich bin eben von oben wieder gekommen Weil hier Schüsse gefallen sind Hm Flöckchen wurde Flöckchen gehört Flöckchen wurde aber eben angeschossen Ich hab's nicht verfehlt Deswegen war ich so verwirrt Du schießt schon wieder wer Der ist der Mundi, oder? Ja, der Mundi ist da drinne Neee, ich bin nicht Wo ist er drin? Ich bin unter mir Er ist jetzt nach hinten gegangen Ja, ich hab gesehen Jaja, der züge Heul Hahaha Der sagt voll Der schreit auf mich Ah weh Und ich, komm her Da ist Star Wars Episode 2 Äh, hier ist die Leiche Leute Oh fuck Wer war das? Hier ist die Leichte hier unten Keine Ahnung Wer schießt denn hier? Ich schieß Er ist da hinten im 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 Bücherregal quasi Hinter dem Fernseher Strahle ist drunter Wer ist denn das noch? Strahle oder was? Ja Strahle und ich sind noch da Er schießt immer noch auf mich Er hat mich erwischt Okay, wo ist er denn? Wo? Im Bücherregal Ist das denn oder was? Muss er Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung wie ich da hochkomm Jawohl! 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 Dass da drüben gestanden sind Was? Inno Ich hab dich nicht gesehen Und Ich bin Ich hab mich da immer so ein bisschen Einmal so Einmal so Einmal so Inno 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 Was war Ich hab dich nicht Ich hab mich da noch Ich hab mich da noch Und er hat sich schon wieder versteckt Und er hat sich schon wieder versteckt Ich geh mit doch überhaupt nicht aus Ich weiß ja nicht wo ich bin doch Ach Dann gab es beim Fernseher Ich bin tot Nein! Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Sollte man aufpassen Ich bin runtergegangen Ich wollte gucken wo ein Flöckchen hin ist Ich bin runtergefallen Ja ey Kami rennt in Madagaskar spazieren Madagaskar? Ja und war es gerade in Madagaskar Ja 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 Stimmt Mathos ist hier die ganze Hier oben Hier oben Wo? Da oben War ist einer tot? Ja Kami ist tot Ich weiß aber nicht von wem Müsste vom Munbo gewesen sein Ah ich bin Inno Ja Ich glaub Munni ist wirklich Inno also Ja aber Munni hat auf ihn geschossen Es war von dort in der Nähe Ich hab... Ich hab auf gar keinen geschossen Ja? Wie viel Schuss hast du gerade drin? I? Alles Magazin Alles Magazin? Bist du sicher? Ja Sicher Bin ich sicher Wo? Ah hier ist Kami Ja 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 Hast du gerade am shoppen oder was Munni? Ja Das war nix Das war nix Boah Matos ey Oh schön wie ich strahle hier liegen Ja Matos hab ich erledigt Ja der hat mich erledigt Ja der hat mich erledigt Inno 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 Preparing Preparing richtig Preparing den Ding Inno Ich Ja Traitor Ich Eins Spaß Naja Aber Naja ich glaube Strahl ist Traiter Ja genau Das ist ne wie mein Kollege Was du den Ding glauben das dann wirklich im Füßen auf uns Ja Das Ätzend ist wenn du da drei Löwenden bist Und zwei Traitler sind Oh, lol, ich konnte eben durch das Auto durchlaufen, lol. Wer hockt da oben schon wieder? Ich? Ja, Mundi wahrscheinlich. Der Mundi ist schon wieder dabei, dass er bei seinen Filmen in die Grenze hat man gerade gesehen. Mundi und Martos sind oben. Das wollte ich nicht, sorry, sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Martos hat auch nicht geschossen. Glaube ich nicht. Doch! Au! Wer schießt da? Schöne schön. Ah, ist er noch mit der Mundi. Ja. Oben, Mahlzeit. So, wir machen es jetzt mit Mundi. Finde ich, ich muss zuerst mal... So, wenn er hier irgendwie runterkommt, dann habe ich ihn, glaube ich. Nee, der verkrabiert sich da in seinem... ...Basten da oben drin. So, ich geh mal runter hier. Ooh! Ja. 無 Dum! 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 Das ist mein Usedat. Weimus, da mal am Donta, Kaminath. Er ist tot, sehr schön. Gut gemacht, Mann rüber. Bist du wieder da umgegrenter Sack? Bist du da umgegrenzt oder unten? Red doch mit mir! Ja, was zu den reden! Ja, waaah! Bist du da umgegrenzt oder unten? Bin da, wo ich bin! Wuuuuh! Wart du da unten, bis ich da hinzukomm, dass du mit dir schießen kannst, oder wie? Dann weiß man es nicht! Jetzt ist er wieder umgegrenzt, Alter! Ministrant, oder? Verdammte Axt sagt er! Ministrant sag ich! Achso! Brandenbue! Ohra! Bin da sicher da unten wieder runter? Nein! 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 Wer hat so ein Schwerste! Wie müß, ey! Mann, 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 Mann! Aber schön wie deine Fake-Leiche nahe nach oben geschw... Ähm... Oh, weg! Der war wirklich fies! Der ist ja unfairer Blödsinn! Der war wirklich fies, ja! Ich weiß gar nicht, warum du das abgestritten hast, weil du gar nicht mein Twitter-Kollege bist, Strahle! So! Musst du ja realistisch werden! Dies... Dies ist der Strahle! Oh, jetzt wirst du es schon wieder! Inno! 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 Ne, Strahle und ich bin wieder... sind wir... sind wir... Wartos, schmeißt du hier schon wieder Granaten rum? Ne, ich hab sie in der Hand behalten! Achso! Da wurde grad ein Deathringer aktiviert! Von irgendjemandem! Oh! Ja, von mir nicht! Aber du schießt schon wieder! Zumindest... Ich hab zumindest... äh... aktiviert einen Deathringer gehört! Zumindest... Moni, ich geh weg! Ich geh weg! Alles gut, Moni! Weg von mir! Ja, ich geh weg! Alles gut, Moni! Ja gut, dass du es nicht war, dass ich dich getroffen habe, ist klar! Aber... Ich hab zumindest jemanden gehört, der den Bind nur... aktiviert hat! Wenn ich trotzdem gehört habe, hab ich auch! So, wo bist denn du? Da! Ey, woher kommst du jetzt? Ich... ich war da unten, bin ja auch hochgelaufen! Okay! Okay! Ich hab da unten, ich hab... Nicht... Geh weg! Der Busfahrer... Geh weg! Geh weg! Geh da raus! Geh du doch weg! Geh weg! Ja! Na Flöckchen, was kaufen wir denn heute schön hat? Strahl ist jetzt hier auch noch Kami, darf ich hier rauf? Ja, geh rauf Achso Ey, Flöckchen hat schon hier rauf Und ich werfe hier Granate auf mich Kami verfolgt mich Ja, Flöckchen sitzt hier in der Ecke, aber der ist ja gerade ausgeteilt Ich krieg immer so den Arschloch-Wuff, wenn ich jetzt da Bei der anderen sind wir zu viel Leid, ein Drettich Oh Wer von euch ist es? Weißt du, Muni kann ja mal Flöckchen töten Wenn er möchte Muni ist ja gar nicht da Ah, der war eben im Wend drin Er hat die Rauchgranate geschmissen Die hab ich geschmissen Warum? Warum nicht? Weil du in Ruhe Flöckchen töten kannst Ich meinst nicht Da hätt ich schon längst die Gelegenheit gehabt Mal gucken, wer zuerst ausflippt Da hinten ist Alex Ja Und Niki Biki Flüssig ist auch meine Schuld, dass der Albao Verstecken ist Verstecken? Das sagst du dann immer alle, dass sie sich verstehen Na Busfahrer, kaufst du ein? Ja ja Ich schau nur die Leute an Schau nicht Schau mal nicht die Leute an Ich Ich schau nur Ich schau nur Ich schau nur im Tradershow Ich schau nur die Leute an Ich schau nur die Leute an Ja wahrscheinlich Ja hier unten Au Aua Wer schießt denn da? Ich hab Mundi jetzt geschossen Mundi? Da ist einer runtergefallen oder so? Ja der ist hier grad einfach Hä? Ok Mundi war äh Lebt Mundi jetzt noch oder nicht? Hey Mundi ist tot, aber er war eh nur Ok Leer, Flöckchen, Lifte gehen Aua Irgendjemand hat mich beschossen Flöckchen, 88 Teil Ich glaube Alex ist es auch, der stand da ne ganze Zeit so Blödsinn Was ist die Brüder? Ich denke es ist Alex Ja klar natürlich Bist du jetzt dort wo der Mundi war oder was? Ja ich bin da wo Mundi geschossen ist Ja Aber ich hau jetzt ab ne also Wo gehst du hin? Aha sag ich doch nicht Aha Ich hab dich gesagt Besser Besser ist es Sind wir nur noch alleine hier oder was? Ne der Alex ist ja noch da Ja Matos und so? Ne Matos ist tot Und um Kami? Kami ist auch tot Scheiße Jetzt bin ich alleine mit dem Traitor Haha Wo bist du jetzt hin Schulzi? Ha? Ja Geheim ist geheim versteckt Ciao Have a fun Alex, ich bin schon. Yep. Ist der Schultz irgendwo? Ja, der ist dort bei mir. Bei dir? Oh man, oh man, oh man, oh man. Jawohl! Okay. Ah, weh. Geil. Du hast blanlichtgeschossen. So, ich setz einmal eine Runde aus. Ist in Ordnung. Ja. Aufnahme oder was? Was ist mit Aufnahmestopp? Ja, absolut. Also Flöckchen ist nicht da. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Über Daumen hoch, Kommentar, Bewertung, wir würden uns freuen. Ciao! Ciao! Hallö!